Ah, von wegen dem EFC, ne? So, ja, das passt. Ja. Fuck. Ich spiele heute nicht. Come on. Ich spiele heute nicht. Ich spiele heute nicht. Ein Tor, verdammt. Normal. Ich spiele heute nicht. 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 Maria! Ja! Verdammte Scheiße! So, ich mach mal mal ernst hier. Haha! Sagte er beim Stift zu 6 zu 4. Ist das denn euer Atem oder was? Nein! Ja! Okay, brauche ich Atmen dort bei mir? Ist das heute eigentlich Schwimmel, oder? Alter, war da flach! Ja! Den hab ich von ganz weit weg geholt! Das war's! Hast du wohl gewonnen! Muss ich ja lohnen! Tja! Lord Schwimmelnot ist der Sieger, oder? Ja! Mit der Feet! Ja! 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 Ja!